Hey Freunde, was geht? Wir befinden uns gerade auf wowsucht.net und heute mal nicht auf Griefer Games. Das hat einen ganz bestimmten Grund und zwar wollen wir mal wieder die liebe Nano trollen, denn die Nano hat sich mal wieder ein bisschen aufgeführt auf den Griefer Games Teamspeak, deswegen müssen wir mal wieder zurück trollen. Ich hoffe, sie bemerkt es dieses Mal nicht, beziehungsweise sie merkt es wieder nicht. Also ich denke schon, dass es richtig gut funktionieren wird, weil ich werde dieses Mal so tun, als ob ich ein Duplizierer werde. Ich habe von Flo ein paar Items bekommen hier. Wir können ja mal hier ganz kurz gucken. Das sind unsere Items, die wir gerade schon hier drin haben. Die haben wir schon dupliziert und in meiner EC, ähm, EC oben ist das ja hier. EC oben haben wir noch andere Items, die werde ich dann auch noch hier reinlegen. Und da denke ich mir was Schönes aus. Das hier ist unsere komische Duplizierungsmaschine. Es wird irgendwie mit, ähm, Zapling und so weiter funktionieren. Dann, ihr werdet das Ganze gleich sehen, Freunde, was ich machen werde. Ich werde sie zwischendurch auch noch versuchen umzubringen mit dieser Lava und so weiter. Also ich hoffe wirklich, dass ihr darauf einfällt, dass es ein wirklich mega, mega lustiges Video wird. Wenn ja, Freunde, zum Beispiel, wenn ihr das Ganze feiert, lasst auf jeden Fall mal ein Like da, abonniert den Kanal, Freunde, um nichts mehr zu verpassen, beziehungsweise aktiviert auch die Glocke, um eine Benachrichtigung zu bekommen. Und damit würde ich sagen, schreiben wir jetzt erstmal Nanu hier in Game an. Sie ist gerade online, slash msg unterstrich nanu. Hey, schreibe ich einfach mal. Mal gucken, ob sie gerade da ist, beziehungsweise, ob sie gerade irgendwie supporten möchte oder so. Weil kann auch sein, dass sie gerade gar keine Zeit hat oder so. Das wäre natürlich bitter, da müsste ich lange warten. Aber ich habe eine wichtige, wichtige Frage. So, Freunde, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Ich kann duplizieren, schreiben wir mal. So, da bin ich mal gespannt, Freunde. Da bin ich wirklich mal gespannt, was sie dazu jetzt sagen wird. Okay, ich bin übrigens mit in Undercover-County unterwegs. Ich habe auch einen Stimmenverzerrer drin, Teamspeak. Das heißt, sie sollte mich im Normalfall nicht erkennen. Ich höre mich auch nicht an wie Flo, weil normalerweise trollt Flo immer Nanu. Also normalerweise sollte das so durchgehen. Komplett-Undercover-Freunde, oh ne, Livestream wollte ich jetzt gerade nicht. Okay, sicher, ganz sicher. Ich erkläre es dir. TS heiße genauso auf Bausucht Teamspeak. So, ich bin mal gespannt, Freunde, ob sie uns jetzt moveen wird. Ich bin jetzt mal eben ganz kurz leise. Nicht, dass wir gleichzeitig noch reden werden, während dessen sie uns moved. Okay, also wie gesagt, ich habe einen Stimmenverzerrer drin. Ich hoffe, dass sie es nicht erkennt. Oh, hi. Hallo. Ja, ich habe einen Duplizierungspark gefunden. Okay, hört sich auf jeden Fall komisch an. Also der ist schon wirklich mega krass. Also ich könnte wirklich die Komplett-Wirtschaft damit zerstören. Also ich kann eigentlich alles duplizieren. Ich habe mich halt zu dir teleportiert. Du kannst alles duplizieren. Ja, ich kann wirklich alles duplizieren. Also das hier ist meine Duplizierungsmaschine. Und die ist halt so konzipiert, dass man hier so ein paar Sachen mit Maßnahmen, mit Bäumen und so weiter. Also das ist ein Plot Squad Bug. Mit Bäumen. Ja, ja, also man kann quasi Plot Squad dazu zwingen, dass er wieder items spawnen mit so einem Trick. Aber was bekommt man hier eigentlich dafür, wenn ich dir das sage? Warum wollen wir mal alle für allen möglichen Scheiß eine Belohnung haben? Ich verstehe es nicht. Warum bist du nicht einfach mit dem Server essen? Das ist immer so freilich. Jeder Duplizierer möchte immer eine Belohnung haben. Ja, keine Ahnung. Also wieso sollte ich das denn sonst sagen? Ich könnte doch einfach die Wirtschaft hier zerstören. Ja, und dann? Dann geht der Server offline und du hast gar nichts mehr davon. Ja, das ist doch richtig nice. Aber es ist okay, ich rede dann mit Flo. Nee, also du redest jetzt erstmal mit mir. Hä? Also was bekomme ich denn jetzt? Nein, ich rede dann mit Flo darüber, was du bekommst. Ja, ich will aber jetzt was haben. Ich kann das nämlich nicht einfach so... Du hast doch locker Game Mode, oder nicht? Jetzt gibt doch Sachen aus dem Game Mode. Nein, ich habe keinen Game Mode. Oh mein Gott. Du fliegst doch hier. Ja, weil ich die Permission Fly habe. Nee. Das ist Game Mode, ich kann dich nicht schlagen. Doch. Nee. Weil du kein PvP auf dem Moment hast. Wenn du nur rumtreuen willst, wirklich, weil das sieht halt... Also guck mir, warte, du kannst du in Kisten wenigstens gucken mit deinem Game Mode? Ja. Also dann guck mal da rein, das habe ich mir alles schon dupliziert hier. Also ich denke, das ist außerirdisch. Könntest du mir die Sachen bitte geben? Nee, wieso sollte ich das denn machen? Also komm drauf an, was ich dafür bekomme halt. Also ich würde sagen, ich behalte einfach mal die Hälfte, okay? Ähm, warum? Ich schreibe dir mal lang. Also ich gebe dir... Nein, nein, nennen... Okay, dann hol Lango, okay. Also dann gibt der mir halt die Sachen, also der hat ja Game Mode, oder? Also ich gebe dir jetzt ein Stack Beacons, den Rest habe ich behalten, okay? Und dann dupliziere ich nicht weiter und sage euch den Bug. Ist das okay? Ähm, äh... Ich... Was passiert hier gerade schon wieder? Du bist doch Helfer, du bist doch eine Autoritätsperson, das heißt, du kannst mir doch locker erlauben, diese Items hier zu behalten. Nein, kann ich nicht. Weil das nicht mein Server ist. So, dann verstecke ich dir jetzt. Wo willst du die verstecken lange und so, können eh mal reingucken, oder? Ja, nee, ich verstecke die jetzt, ich bringe die jetzt auch irgendwo anders hin. Ich gehe jetzt. Folgen wir mal nicht, also du brauchst mir nicht folgen, okay, danke. Ich verstecke die jetzt. Was, was ist denn deine Mission hier? Ja, also möchtest du mir jetzt Sachen geben, oder nicht? Weil das duplizierungsding funktioniert. Ja, ich gebe dir meinetwegen Sachen, ist okay. Okay, du gibst mir Sachen, dann zeige ich dir jetzt, wie das geht, aber ich bekomme Sachen, okay? Und wir werden mir nicht weggenommen. Ja, was ist denn da? Also ich lege die Sachen jetzt erstmal hier, Spawner, Beacons und die anderen Sachen, die hier drin lagen. So, okay, dann seh ich das Ganze wieder und dann haben wir... So, jetzt habe ich die Sachen hier wieder reingelegt. Hast du reingeguckt? Also du musst du merken, was da drin ist. So, jetzt haben wir hier unsere Duplizierungsmaschine, die ist, ähm, muss ich hier reinstellen, komm mal hier hin. Einmal so hier reingehen, weil der Chunk muss geladen werden, verstehst du? Also einmal bitte da reingehen und, äh, dann muss ich... Nein, ganz reingehen. Hast du noch hier, oder was? Ja, genau. Und jetzt, äh, brauchen wir noch einen Block. Und dann musst du da so. Und dann müssen wir, äh, hier ein... Baum draufsetzen. Also ich setze jetzt zwei Bäume über dir. Also verstehst du, was ich mache gerade? Nein, ich... Also hier müssen noch ein paar Bäume hin. Warum passiert sowas eigentlich immer abends? Ich... Ich wollte eigentlich nur einen Rüssel porten und dann schlafen gehen. Was machst du hier? Nein, wir müssen Bäume jetzt drum setzen. Warum? Das ist ganz wichtig. Wir müssen jetzt Bäume rumsetzen. Du willst mich verarschen? Nein. Also, es hört sich vielleicht lustig an, aber wir müssen Bäume hier drum setzen. Jetzt habe ich hier nämlich auch noch, ähm, sowas hier, so Baummehl. Und dann, wenn ich das hier wachsen lasse, dann updatet sich der Chunk, verstehst du? Wenn ich das jetzt hier oben mache und dann einmal, ähm, das Wasser da rausnehme. Und dann, ähm, mit, äh, Lava ersetze. Ja, oh mein Gott. Also du... Oh. Ich freue mich, wenn ich gestorben bin. Oh mein Gott. Alter, ganz ehrlich, weißt du? Ich, ich kontakte das einfach zu lange. Nein, nein, warte doch. Wir sind noch nicht fertig. Nein, nein, nein. Wir müssen das Ganze jetzt austauschen. Weil... Nein, 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 guck doch, warte. Was? Nein. Hä? Warte mal, warte kurz voran. Jetzt müssen wir eben mal ganz kurz beweisen, dass wir, äh, die Sachen haben. Äh, so, zack, zack, zack. Äh, ich habe noch mehr dupliziert. Guck rein. Oh mein Gott, Freunde, nein, das darf jetzt nicht scheitern. Das darf jetzt nicht scheitern, Freunde. Wo ist die hin? Wo ist die hin, Freunde? Nein. Hä, wo ist die jetzt hingegangen? Alter, 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 kannst du... Ich habe doch jetzt noch mehr dupliziert. Guck doch hier in die Kiste rein. Warum? Das hat doch geklappt. Nein, hast du safe nicht. Doch, guck doch rein. Oh mein Gott. Guck doch rein. Ich habe 64, 64 Spawner jetzt mehr und noch ein Stack bieten mehr. Ich kann dir das Ganze zeigen nochmal. Ich muss nur mitmachen. Okay. Also. Warum? Was passiert denn hier eigentlich schon wieder? Ich bin schon wieder total überfordert mit der Situation. Ich gucke jetzt erst, ob Lango da ist. Nein, 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 nein. Wir brauchen Lango gar nicht. Wir duplizieren jetzt einfach ein paar Sachen. Und dann können wir die verkaufen oder so. Verarsch mich doch. Möchtest du die vielleicht abkaufen? Ja, das ist eine mega nice Idee. Ich dupliziere Sachen. Und ihr gebt mir dann Geld dafür, okay? Ich... Warum sollte ich... Ich bin so Porter. Das ist mega nice. Ich möchte nicht so, aber doch nicht schaden. Nein, nein, du schadest den Server nicht. Du kaufst ja nur meine duplizierten Sachen ab. Das geht dich gar nichts an, wie viel Geld ich habe. Oh mein Gott, du machst mich... Sagen wir 100 Euro pro... Du kaufst mich richtig krass. Pro Stack, okay? Du kaufst mich richtig krass. Fahre einfach auf... 100 Euro pro Monster Spawner Stack, okay? Es ist mir scheißegal, was du jetzt noch erzählst. Ich dupliziere jetzt noch mehr. Nee, nee, ich dupliziere jetzt noch mehr. So, jetzt müssen wir das Ganze nämlich hier wieder abbauen. So, zack. Und dann macht man hier wieder Wasser rein. Das macht keinen Sinn, was du hier tust. Das sind Bäume und das ist mal Rackblöcke. Nein, wenn man jetzt hier nämlich... Aber ich frage mich halt... Du kannst jetzt helfen, ich dupliziere, aber ich frage mich halt, woher du die scheiß Icons hast. Also hier, jetzt dupliziere ich wieder richtig hier. So, zack, jetzt ich droppe sie. Zack, zack und zack, so. Jetzt sind sie dupliziert worden. Und jetzt muss ich wieder Bäume spawnen. Ich habe keinen Bodenmehl mehr. Ich brauche Bodenmehl. Hast du Bodenmehl? Ja, jetzt habe ich sie jetzt... Oh mein Gott, was machst du hier? Okay. Oh mein Gott. Die zwei Bäume reichen. Ich fühle die Kraft. Ich fühle die Kraft wieder als Text dupliziert. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, da sind neue Stacks dupliziert worden. Sehr, sehr nice. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Jetzt habe ich aber kein Bodenmehl mehr. Was du hier tust. Jetzt habe ich kein Bodenmehl mehr, Nanu. Jetzt können wir nicht weiter duplizieren. Ich brauche mehr Bodenmehl. Verkauft, äh, verkauft. Äh, jemand, ähm... Nein, 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 nein. Du fragst jetzt nicht. Hör auf im Chat. Ich mute dich, wenn du jetzt im Chat wachst. Okay, dann höre ich auf. Aber... Oh, da ist gerade ein Baum gewachsen. Wir können wieder duplizieren. Da ist gerade ein Baum automatisch gewachsen. Mega ist gerade ein Baum gewachsen. Mega nice. So. Das funktioniert doch nicht. Emeralds dupliziert. Mega nice. Langos, bin ich mir da. Das ist doch nice. Dann können wir jetzt richtig dealen hier. So, verkaufe, ähm, Spawner... Wenn du in den Chat wachst, müte dich. ...64 mal... Wie viel ist sowas wert? Ich mute dich. Wie viel ist sowas wert? Sag ich dir nicht. 50.000. Ne, 5.000 machen wir einfach mal. 64.000, 5.000. Hä? Warte mal, Alter. Ganz kurz, ja? Kann es sein, dass du Flo bist oder so? Verarsche mich gerade wieder, Flo. Weil ich habe auf die Scheiße echt keinen Bock. Du weißt, was ich einen stressigen Tag hatte. Nee, ich bin nicht Flo, aber... Okay, okay, wir lassen das, Nanu. Ich mache mal irgendwann für den Stimmenwitzel raus. Aber ich bin nicht Flo, ich bin nicht Flo. So, zack. Äh, hi. Hi, Nanu, was geht ab? Wipex, wach oben! Ich tue doch nie meine Brille. Das ist so ein Bullshit hier. Das ist so ein... Ja, was machst du hier? Das ist so eine scheiße Beziehungsmaschine. Was soll das denn darstellen, Nanu? Also, was soll ich denn mit irgendwelchen Bone-Mehl machen? Also, jetzt ernsthaft, Nanu. Was soll ich denn mit Bone-Mehl machen? Und ich bin müde des Todes. Würde einfach nur gerne schlafen gehen. Lango ist nicht da. Keiner reagiert, wenn ich ihn anschreibe. Ich habe jetzt irgendwen gemutet im Chat einfach hören. Und ich frage mich einfach nur, was deine Mission... Okay, Nanu. Also, das war wirklich mega lustig. Also, hast du es irgendwo abgekauft? Also, logischerweise war es absoluter Müll, was da gebaut wurde. Aber hast du es geglaubt? Natürlich war das Müll, was du hier gebaut hast. Aber ich habe mich natürlich trotzdem gefragt, wo die Scheiß-Erd-Items her hast. Also, ich glaube, so viele Spawner gibt es bei euch gar nicht, oder? Also, generell so viele User. Es ist auf jeden Fall krank. Also, das wäre schon wirklich mega krass. Also, ein normaler Spieler hat das, glaube ich, nicht auf Freefer Games. Aber okay, Freunde. Damit haben wir Nanu endlich mal wieder getrollt. Ich bin gespannt, Freunde, wie das noch enden wird. Aber mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich weiß nicht, wie es dir gefallen hat. Aber ihr könnt gerne meinen Nanu auschecken. Ihr habt auch einen YouTube-Kanal. Link ist in der Videobeschreibung. Mega, mega lustig, Freunde. Und damit würde ich sagen, war es mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall mal ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen, Freunde. Und auch gerne noch die Glocke aktivieren, dass ihr wirklich gar nichts mehr verpasst und eine Benachrichtigung bekommt. Damit würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen wieder um 14 Uhr, wie jeden Tag. Bis dann. Und tschüss. Tschüss.